Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Am 16. Februar 2018 wird meine Single rauskommen. Wer freut sich? Ich auf jeden Fall. Sie wird erhältlich sein auf den üblichen Plattformen wie Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Play Music und so weiter. Am Montag habe ich euch den ersten Schritt erklärt, wie man dazu kommt, einen Song zu veröffentlichen. Es ging darum, sich erstmal ein Konzept zu machen. Heute ist der zweite Schritt dran. Und zwar, wenn ihr euch Gedanken gemacht habt, könnt ihr auch direkt anfangen zu schreiben. Macht es alleine, wenn ihr schreiben könnt oder holt euch einen Songwriter dazu. Und dann geht's los. Ja, wir sehen uns dann für den dritten Schritt.